Wow, das ist so heftig. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist drei Jahre her. Vor drei Jahren war ich bei den Weltmeisterschaften der Zauberkunst in Südkorea, in Busan und bin da angetreten. Angetreten, um Weltmeister zu werden. Verrückt. Das Ganze war in Englisch, also in englischer Sprache. Ich bin vor über 1000 Zauberern aufgetreten für eine Fachjury. Du hast nur 10 Minuten Zeit, sonst bist du disqualifiziert. Es war richtig heftig. Und ich wurde oft gefragt, ob es denn von diesem Auftritt, den ich da geleistet habe bei der FISM, so sagt man, ne, FISM, ob es davon noch Videomaterial gibt, ob das gefilmt wurde. Und Leute, nein. Also der ganze Auftritt durfte nicht gefilmt werden, weil das der Veranstalter in Korea verboten hat. Warum auch immer. Aber, aber wir haben heimlich illegal mitgefilmt. Ja, das durften wir nie sagen. Ist ja auch streng geheim. Zwar nicht den ganzen Auftritt, aber zumindest Teile davon. Und die hat bisher noch keiner gesehen. Noch niemand. Bis heute. heute. Please welcome our next performer from Germany, Marc Weiber. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.